Herzlich willkommen bei dieser Geburtshoroskop-Analyse nach indischer Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anderes. Sie berücksichtigen nämlich, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat, das nennt man Präzession, und weil sie das anderes berechnen, ist auch ein anderes Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Ascendant und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlicher Astrologie. Liebe Liarelia, ich grüße dich. Das ist dein Geburtshoroskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten den einzelnen Lebensbereichen. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichnung Krebs in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das ist dein Lagna oder dein Ascendant. Krebs. Das war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat im Erdenleben. Ich stelle das immer vor wie ein Kostüm. Wir bekommen ein Kostüm und wir tragen das auch von Geburt bis zum Lebensende. Das beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst deine Persönlichkeit, dein Auftreten und so bist du auch wahrgenommen. Die Tierkreiszeichnung Krebs gehört zum Wasserelement und hat mit unserer Geburt etwas zu tun. Das ist wie Geburtswasser, aber jetzt nicht nur wortwörtlich gemeint, sondern wenn wir etwas vorhaben im Leben, das muss geboren werden und braucht Zeit. Und dieses Gefühl hat die Tierkreiszeichnung Krebs verspüren, wann ist der richtige Moment zum Handeln, wann ist besser zurückgezogen sein und auch im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Über die Tierkreiszeichnung Krebs herrscht Mond und das hat etwas mit Mütterlichkeit zu tun und so bist du auch wahrgenommen, liebevoll, mütterlich, immer für anderen da zu sein. Aber so wie der Mond wechselt die Gestalt, mal Vollmond, mal Neumond, mal Halbmond, zunehmend, abnehmend, so kann bei dir das auslösen, dass du empfindlich bist, nimmst die Welt mit Gefühlen wahr und manchmal vielleicht ein bisschen launisch oder die Menschen nehmen dich so auch wahr. Die zweite Lebensbereiche liegen die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und auch Besitz, dass wir das, was für uns wertvoll ist, sollen wir in Besitz nehmen und das ist nicht immer die materielle Dinge, sondern auch die geistige. Und hier ist nicht nur das Selbstwertgefühl wichtig, sondern auch die Finanzen und das hängt energetisch Hand in Hand zusammen. Wenn jemand sagt, ich bin es nicht wert, ich habe das nicht verdient, hat immer weniger Geld, stattdessen sollen wir sagen, ich bin es wert, ich habe das verdient, ich habe das in Besitz. Und auf den Gefühlen achten, Schuldgefühl erzeugt Schulden, Verlust, Angst führt zum Verlust, nicht nur finanziell, manchmal auch in Beziehung. Also immer auf den Gefühlen achten. Und hier in diesem Lebensbereich hast du die Löwe. Natürlich zeigt das Macht und Kraft und du kannst die Finanzen beherrschen, aber achte drauf, die Löwe liebt Luxus und Glanz und Gold. Und wenn du daran glaubst, in diesem Wohlstand zum Leben, dann kannst du das auch verwirklichen. Aber wenn die Bedürfnisse da sind und gibst zu viel Geld zum Luxus aus, dann kann das dazu führen, dass der Kontostand dann so ist, dass das nicht angenehm ist. Also achte auf die Finanzen und überleg, was brauchst du eigentlich? Nicht, weil das jetzt so luxuriös erscheint oder hast du das Gefühl, oh, damit kannst du ein bisschen glänzen. Sondern hier sollen wir die Frage stellen, brauche ich das überhaupt? Und nur das in Besitz nehmen, was uns persönlich wertvoll ist und wenn wir das wirklich auch brauchen. Im dritten Lebensbereich sind die Erinnerungen in Kindheit und Jugend, die Schulzeit. Wie hast du das aufgenommen, dieses Lehrmaterial? Oder wie könnte dein Wissen vermitteln? Das ist ein Austausch vom Wissen und auch von Informationen. Oder wie war der Bezug zu deinen Geschwistern oder anderen Kindern? Haben sie dich wahrgenommen oder warst du auf die Seite geschoben? Diese Erinnerungen bleiben und sehen wie durch den Vater in unserem Leben. Und später im Erwachsenenalter, entweder haben wir das gelernt von Kindheit aus und da haben wir diese Kraft, uns behaupten und durchsetzen, auch gegen Konkurrenten. Oder besteht hier eine Mangel und dann müssen wir das nachholen. Und genau das lernen wir auch. Aber nicht nur das, sondern wirklich Austausch von Informationen. Hier hast du die Türkreis zeichnen Jungfrau und Jungfrau ist klug und kann analystisch denken. Und das war für dich ein Vorteil in der Schulzeit, dass du das verstanden hast, was ihr gelernt habt. Aber Jungfrau ist eher zurückhaltend, manchmal sogar schüchtern, besonders in Kindheit. Und das ist ein Hinweis, dass du nachgegeben hast und warst eher zurückhaltend. Und später im Erwachsenenalter, wenn du dich im Beruflichen auch behaupten musst gegen Konkurrenten, dann darfst du nicht immer zurückziehen und dich unscheinbar machen, sondern wirklich dann dich durchsetzen auch. Der tiefste Punkt des Horoskopes, wenn ich das vergleiche mit einem Baum, dann würde ich sagen, hier ist die Wurzel des Baumes. Und hier fühlen wir uns verwurzelt. Und Themen sind hier wie Ahnen, Traditionen, Herkunft und unserem Zuhause. Aber alles, was mit Immobilien zu tun hat. Und das ist die Basis, das ist das Fundament. Und das gibt uns Halt im Leben. Und von diesem Fundament, von dieser Basis heraus, wächst und dehnt alles. Und hier hast du die Dirkkeit, Zeichnen, Waage. Wenn du immer im inneren Gleichgewicht bist und alles ausgleichen kannst und vergleichen kannst, hast du immer die goldene Mitte und das gibt dir die Halt. Und wenn das die Wohnsituation betrifft, dann würde ich sagen, du liebst das schön gepflegte Haus oder Wohnung zu haben. Jetzt die fünfte Lebensbereich. Hier sind die Kinder und das sind Themen mit deinen eigenen Kindern oder Enkelkinder. Aber zeigt auch dein eigener Kindheit diese Erinnerungen und das inneren Kind. Wir sollen die inneren Kind auch pflegen und immer wieder mal sagen, Boah, ich bin so stolz auf dich. Du hast das so toll gemacht. Weil das stärkt uns innerlich. Außerdem, wir sollen von Kindern was lernen. Die beobachten, wenn die spielen. Und diese spielerische Art brauchen wir im Leben. Weil so können wir unseren Alltag gestalten. Oder was wir vorhaben. Und diese Kreativität, diese Lebensfreude ist hier im fünften Lebensbereich. Und wie machst du das? Das ist hier die Skorpion-Energie. Und die Skorpion-Energie, das vergleiche ich mit der Kundalini-Energie. Damit meine ich nicht, dass die Kundalini-Energie jetzt typisch für Skorpion ist. Kundalini-Energie haben wir alle. Wir haben das im Körper. Aber die Skorpion zeigt uns, belehrt uns, damit umzugehen. Und um was geht hier eigentlich? Die Tierkreis-Zeiten-Skorpion gehört genauso wie die Krebs zum Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert unseren Unbewussten. Symbolisiert unseren Gefühlen. Hier geht es um Gefühlen. Und es gibt zwei Systeme. Es gibt die positiven Gefühle und es gibt die negativen Gefühle. Das darf man nicht vermischen, obwohl wir beide Seiten kennen. Aber es gibt eine ganz klare Trennwand. Die eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Zum positiven Gefühlen gehören Dankbarkeit, Hingabe, Zärtlichkeit, Begeisterung und Liebe. Und zu negativen Gefühlen gehören Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Eifersucht, Wut, Neid und Hass. Das sind negativen Gefühlen. Und die Quelle ist anderes. Bei den positiven Gefühlen ist die Quelle das Göttliche. Und das ist die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie. Und mit diesen positiven Gefühlen können wir unser Leben schöpferisch gestalten. Die negativen Gefühlen blockieren oder zerstören. Die zerstörerische ist Hass und es kommt nicht von Gott. Und wir sollen darauf achten, dass wir nicht einsteigen auf die negativen Gefühle. Es gibt so Grauszonen wie Angst oder Zweifel oder Wut. Und das kennen wir. Das kennen wir alle. Und wir können nicht so tun, wenn das nicht wäre. Weil dieses Gefühl kommt immer wieder. Und das liegt in unserer Macht, ob wir das zulassen oder nicht. In dem Moment, wenn wir Angst zulassen oder Zweifel, öffnen wir Pandoras, Büchse. Dann blockiert alles. Außerdem, wenn diese Öffnung da ist, dann kommt die trojanischen Pferde in unserem Leben. Und das kommt von anderen Menschen, die vielleicht neidisch sind oder hasserfüllt sind. Wie auch immer, wir sind anfälliger, anfälliger, weil die Tür ist offen. Wir öffnen mit Angst, Pandoras, Büchse und der trojanische Pferd kann kommen. Und hier bei Skorpion lernen wir das trennen und verstehen, das ist wie zwei Schlange. Das ist wirklich Schlangenenergie. Die eine Schlangenenergie sind die negativen Gefühle, die blockieren und hindern uns. Und Skorpion zeigt, verabschiede davon, transformiere die Gefühle. Du brauchst diesen Erneuerungsprozess und übergehst auf die zweite Schlangenenergie. Das sind die positiven Gefühle und das ist schöpferisch. Und das steigt alles nach oben, wächst und dehnt wie Phönix aus der Asche. Und das ist diese Transformation. Und das hilft dir, dein Leben schöpferisch gestalten und schenkt dir Lebensfreude. Der sechste Lebensbereich ist die Arbeit und Pflichten und Gesundheit. Und das hängt auch zusammen, weil wir können arbeiten, wenn wir gesund sind. Hier hast du die Schütze. Viel Bewegung in die Arbeit, auch Begeisterung, Feuerelement. Feuerelement ist immer Begeisterung, immer Begeisterung dabei. Schützer steht auch zum Ausland und Reisen. Das wäre ein Bereich, wo du dich beruflich entfalten könntest. Oder auch religiösen Themen, spirituellen Bereich, das passt auch sehr gut zum Schütze. Was aber wichtig ist, und das möchte ich eher betonen, die Schütze zeigt was. Die Schütze zeigt mit diesem Pfeil in eine Richtung. Und das ist genau das Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und in diesem Zentrum sind unsere Wünsche. Beschreibt dies energetisch, beschreibt es unsere Wünsche. Und das ist die Richtung. Wünsch dir was. Was möchtest du beruflich erreichen? Stell dann nicht die Frage, oh, hast du Ausbildung oder nicht? Oder ob du jung genug bist dazu. Erstmal, das ist wichtig, die Orientierung. Oder schreib auf, was möchtest du beruflich erreichen? Oder wie möchtest du den Alltag gestalten? Deine Pflichten nachgehen? Oder gesundheitlich, was möchtest du verbessern? Dann hast du die Orientierung. Und lenk die Aufmerksamkeit in diese Richtung. Lenk Energie rein. Und Energie, das manifestiert sich auch. Vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Und das, was hier die Schütze zeigt, du brauchst beruflich Orientierung. Und auch im Alltag so gestalten, deiner Pflichten nachzugehen, dass du konzentriert bist. Immer auf dem Wesentlichen konzentrieren. Jetzt schau mal, diese Krebsaszenten. Das war dein Geburtsmoment. Und das bedeutet, in diesem Augenblick ist die Tierkreis zeichnen Krebs in den Osthorizont aufgestiegen, wie ein Sonnenaufgang. Im selben Moment ist in den Westhorizont untergegangen. Die Tierkreis zeichnen Steinbock. Aber hier, Ost und West, das ist noch in den gleichen Ebenen in dem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und in diesem Moment schaust in diesen Spiegel. Und das ist wie ein Spiegelblick und siehst du was. Das ist dein Seelenpartner. Und hier ist die Tierkreis zeichnen Steinbock. Aber das bewegt sich alles, weil das ist wie ein Sonnenuntergang. Untergeht dann und befindet sich im unteren Teil des Horoskopes. Und das bedeutet das Unbewusste. Aber im Geburtsmoment, in dem Augenblick, ist noch da und du siehst es. Später weißt du es nicht mehr, weil das ist dann alles im Unbewussten. Die Seele kennt aber dieses Bild. Steinbock. Und hier im siebten Lebensbereich öffnet sich ein Tor zur Partnerschaft. In jungen Jahren, in ersten Lebenshälfte, wirkt Steinbock eingeschränkt und streng. Es ist nicht einfach. Es war eine harte Zeit. Aber im zweiten Lebenshälfte bist du so weise, dass du vieles gelernt hast. Und dann kommt das Glück. Steinbock hilft dir dabei, die Liebe, die Partnerschaft ernst zu nehmen. Das wird dann befestigt und stabilisiert. Im achten Lebensbereich ist der Tod. Natürlich hat das mit Todesfall auch was zu tun und auch Themen wie Erbschaft. Aber dann kommen noch andere Themen dazu. Spiegelt hier die Finanzen. Und der achten Lebensbereich hat auch indirekt mit Finanzen was zu tun. Das sind Investitionen, Spekulationen, Erbschaften, dann das Geld von Partnern, dann Banken, Versicherungen. All diese Themen, auch Finanzamt, diese ämterlichen Themen, was mit Geld zu tun hat, gehört auch zum achten Lebensbereich. Und hier wirkt Pluto. Und Pluto belehrt uns alles. So ähnlich wie bei Skorpion. Pluto herrscht auch über die Tierkreis, seinen Skorpion. Also hier im achten Lebensbereich ist die Wandlung. Und diese Wandlung bedeutet von allem verabschieden, was im Weg steht. Und das kannst du so vorstellen. Wenn wir geboren sind, wir kommen nicht mit leeren Händen, sondern wir haben Erinnerungen. Karmische Erinnerungen. All das, was im früheren Leben schon passiert hat. Die schönen Erinnerungen, die wertvollen Dinge, unsere Talente, Fähigkeiten, schönen Begegnungen sollen wir bewahren, befestigen. Und all das, was in diesem Rucksack ist, ich vergleiche das mit Rucksack. Stell dir vor, in dieser Geburt hast du einen Rucksack und du bist mit diesem Rucksack auf die Welt gekommen. Das sind die Erinnerungen. Und dann machst du deine Lebensschritte und kommen weitere Erfahrungen, Lebenserfahrungen, auch viele neue Erkenntnisse. Dann lernst du auch andere Menschen kennen. Dann kommen auch Gefühle dazu. Und dieser Rucksack wird gefüllt. Wenn das ein schwerer Lebensweg ist, dann ist dieser Rucksack zu schwer. Und dieser achten Lebensbereich sagt, stopp, bleib mal für einen Moment stehen und schau mal in deinen Rucksack und räum auf, was ist das, was du nicht mehr mitschleppen willst. Das sind Gedankenmuster. Dann kann auch Gefühle sein, wie Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl. Dann kann auch Gegenstände sein, was immer im Weg steht, mal davon verabschieden. Kann auch Kontakte sein, wo wir schon längst sagen wollten, nein, da habe ich keine Zeit, aber man traut es nicht zu oder will den anderen nicht verletzen. Sowas schleppen wir auch mit. Und dann schreibt es auf. Wovon möchtest du verabschieden? Wie zum Beispiel diese Gedankenmuster. Ich bin es nicht wert. Ich habe hier erklärt, so darf man nicht denken, wenn man im Wohlstand leben möchte, weil das hindert den Wohlstand. Also dieses Gedankenmuster muss raus aus diesem Rucksack, verabschieden davon. Dann kommen die Gefühle. Ist Angst da? Das kommt immer wieder, aber das lernen wir hier transformieren. Das sind die Erneuerungsprozesse. Oder welche Gegenstände stolpern wir ständig. Das mal auch entfernen vom Haus. Oder Kontakte, Alters und eins nach dem anderen abarbeiten. Und passiert folgendes. Der Rucksack ist viel leichter. Unsere Lebensschritte sind leichter, weil wir fühlen uns befreit. Und können wir endlich aufatmen und haben wir mehr Platz in diesem Rucksack für etwas Neues, was wir brauchen. Und das sind diese Prozesse hier. Und hier hast du die Tierkreiszeichnung Wassermann. Du brauchst viel Luft und Leidigkeit. Dann kommen deine tolle Ideen. Und du brauchst auch dieses Bewusstsein haben, ich bin einzigartig, ich bin außergewöhnlich. Das ist Wassermann. Und ein Weitblick, damit du die Zusammenhänge erkennen kannst im Leben. Ein Adlerblick. Im neunten Lebensbereich sind die Reisen. Das hat mit Ausland was zu tun. Auslandskontakte. Auch mit höheren Bildung und Spiritualität. Eine spirituelle Reise. Und hier hast du die Tierkreiszeichnung Fische. Wasserelement. Und das hat mit Gefühlen was zu tun. Diese beiden Fische schwimmen im Wasser. Dieses Sternbild besteht aus zwei Fischen. Die eine Fische schwimmt im Wasser. Hat mit Gefühlen was zu tun. Und hat immer Angst. Zweifelt an allem. Zweifelt an sich selbst. Und hat Mitleid. Andere leiden auch mit. Und blockiert alles. Geht nichts voran. Und dann kommen die Depressionen, der Alkohol oder Drogen. Das ist dann die Endstation. Stattdessen betrachten den anderen Fisch. Weil das ist die Reichtum. Weil hier ist wirklich die Reichtum verborgen. Und das zeigt die Neptun-Energie. Weil Jupiter und Neptun herrscht über die Tierkreiszeichnung Fische. Jupiter bringt das Glück und Wohlstand und Chancen, Möglichkeiten. Und Neptun lässt die Träume leben. Das ist erst mal die Fantasie. Aber wenn wir unseren Träumen ernst nehmen, dann kann ein Traum wahr werden. Und genau das zeigt Neptun. Vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Und wir vertrauen das. Und dann können wir loslassen und zeigen, wir vertrauen das Fluss des Lebens. Und das kannst du in allen Bereichen praktizieren. Wohlstand, Berufung, Liebe, Kreativität. Die Tierkreiszeichnung Fisch ist sehr, sehr kreativ. Und jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes. Die Krone des Formes. Und das zeigt Anerkennung, Respekt, Ansehen. Zeigt, wie erreichen wir unsere Ziele. Und zeigt, wo liegt unsere Berufung. Und hier hast du die Tierkreiszeichnung Fisch. Wenn das um Respekt geht, dann kannst du das erkämpfen. Wieder ist es erkämpferisch. Wenn es um die Beruflichen geht, dann hast du immer wieder mal neue Ideen. Oder begeistert dich immer wieder mal was anderes. Dann kommt öfters mal einen beruflichen Wechsel. Im elften Lebensbereich sind die Wünsche und Hoffnungen und Freundschaften. Und wir sollen tatsächlich Freundschaft schließen mit unseren Wünschen. Und hier sind auch die sozialen Kontakte, wie Parteien oder Vereine oder Gruppe von Menschen. Hier hast du die Stier. Und das bedeutet für dich, dein Wunsch wäre Wohlstand. Stier bedeutet auch, die wertvolle Dinge im Leben im Besitz nehmen, aber nicht festhalten wollen unbedingt, sondern im Besitz nehmen und das mal genießen. Und das entspricht deinen Vorstellungen. Oder das würde dir gut passen. Und wenn es um die Freundschaften geht, dann sehe ich, das geht so gemütlich und ruhig. Das kannst du wirklich auch genießen. Im zwölften Lebensbereich sind die tiefen Geheimnisse, das Leben, auch die Ursache an etwas, die Gründe. Und hier sind auch karmische Themen und alles, was im Geheimen passiert, hinter geschlossenen Türen und die geheimen Feinde. Und hier hast du die Zwillinge. Und die tiefen Geheimnisse des Lebens erzähle ich, weil das ist hier dein Thema. Es gab eine Königin, Königin Leda, und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und sie wurde schwanger von Zeus. Aber Leda war verheiratet mit dem König von Sparta, und von ihm wurde sie auch schwanger. Und Leda gebar den Zwillingen, Kastor und Polux. Kastor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich. Und Polux war der Sohn von Himmelsgott Zeus, also göttlich und unsterblich. Und die beiden Zwillingen waren immer verbunden. Und dann kam die Zeit, dass Kastor sterben müsste. Und Polux ging zu seinem Vater und wollte auch sterben und sagte, ich will nicht meinen Halbbruder alleine lassen. Bis jetzt waren wir auch immer zusammen. Und Zeus hat gesagt, nein, ihr braucht nicht sterben. Ich mache euch beide unsterblich und ich setze euch im Himmel. Und so leuchten die beiden Zwillingen in diesem Sternbild, Kastor und Polux. Und die sind miteinander verbunden. Und das zeigt uns etwas. Und hier erkennst du die tiefen Geheimnisse des Lebens. Unsere Seele ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Wir haben diese göttliche Funke in uns, in unserem Inneren. Und weil das göttlich ist, ist auch unsterblich. Und das zeigt Polux. Aber unsere Seele macht hier Erfahrungen auf die Erde. Für eine gewisse Zeit. Das hat einen Anfang. Das ist unsere Geburt. Und hat ein Ende. Das ist unser Tod. Und das ist die Teil, was Kastor symbolisiert. Aber die Verbindung ist da. Und wenn du zurückziehst, weil zwölfter Lebensbereich bedeutet auch Rückzug. Und meditierst darüber. Dann findest du eine Quelle in dir. Und das nennt man Intuition. Und verspürst Gott. Weil die Verbindung da ist. Und das gibt dir die inneren Kraft. Und dann erkennen wir auch mit diesem höheren Bewusstsein, wir sind Gottes Kinder. Und das gibt diese spielerische, diese Leitigkeit, was die Zwilling zeigt. Die Sonne befindet sich in der Tierkreis zeichnen Waage. Und hier kommt dein Selbst. In Ausdruck Sonne symbolisiert dein Selbst. Du selbst, so wie du bist, bist die Basis in deinem Leben. Du bist diese Halt. Und auf dich kann man wirklich vertrauen. Und du setzt deine Lebensenergie ein, für deine Wohnsituation. Und es ist sogar möglich, du gründest etwas. Wie zum Beispiel Selbstständigkeit. Mond ist in der Tierkreis zeichnen Jungfrau. Und es zeigt deinen Gefühlen. Das sind Erinnerungen in die Kindheit. Natürlich auch, wie du erlebt hast, die Verbindung zu Geschwistern, Verwandten und anderen Kindern. Wie kannst du dich behaupten und dein Gefühl sagt, bring das in Ordnung. Jungfrau ist Ordnung, gleichzeitig Heilung. Dein Gefühlen braucht diese Heilung. Mars ist in der Zeit der Löwe. Das kann bedeuten, dass du dich einsetzt und immer behaupten musst, finanziell. Kann auch bedeuten, dass Mars gibt dir einen Impuls. Und die Feuerelemente setzt das in Bewegung und du gibst schnell Geld aus. Oft für Luxus und dann bereust du das später. Kann auch bedeuten, dass durch eine männliche Person kommt die Wohlstand. Durch Partnerschaft. Merkul ist rückläufig im Horoskop. Und das bedeutet Vergangenheit in Kindheit, Erinnerungen und auch karmische Themen. Und das hast du hier im Skorpion. Und das kann bedeuten, auch durch karmische Erinnerungen, aber auch durch deine Kindheit, dass hier Gefühle sind wie Verlustangst oder Schuldgefühl. Und das, was ich erzählt habe, wie wichtig das ist, die Gefühle transformieren, verabschieden von negativen Gefühlen und übergehen auf die positiven Gefühle. Jupiter zeigt deine Weisheit, deine Größe und bringt auch Glück im Leben. Jupiter ist im Löwe. Jupiter wirkt hier in Finanzen. Wir betrachten beide Seiten den Münzen. Jupiter bringt auf jeden Fall Glück. Weil Jupiter ist die große Glücksplanet. Und diese Chancen, im Wohlstand zu leben oder Gewinn zu machen, das hast du auf jeden Fall mit dieser Jupiter-Energie. Besonders, wenn dann die Einflüsse, wie sich dann alles bewegt im Himmel, wie die Einflüsse da sind, hast du immer wieder mal diese Zeitqualität, wo du gewinnen kannst. Aber das spürst du auch. Mit Krebsaszenen hast du dieses Feingefühl. Und dann verspürst du diese Augenblicke im Leben, was dir Gewinn macht. Die andere Seite Jupiter, das vermehrt etwas, vergrößert etwas. Und wenn der Marsimpuls da ist und Jupiter vergrößert, dann ist die Drang da. Auch mal Geld ausgeben. Und das sollst du schon ausbalancieren. Venus ist in Türkei zeichnende Skorpion. Und das zeigt deine Kreativität, aber auch deine Lebensfreude. Und das sollst du auch genießen. Saturn belehrt und Saturn ist im Türkei zeichnende Jungfrau. Wenn Saturn hier im dritten Lebensbereich ist, dann war die Schulzeit sehr streng. Und das hat dich eingeschränkt. Saturn wirkt einschränkend im jungen Jahr. Aber das brauchen wir zum Lernen. In der zweiten Lebenshälfte haben wir großartige Unterstützung von Saturn, weil es dann hilft, alles in Ordnung zu bringen. Hilft für Struktur. Aber im jungen Jahr ist das nicht einfach. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, sorgt für außergewöhnliche Begegnungen, außergewöhnlichen Lebensumständen. Und Uranus ist im Wagen. Und das kann bedeuten, dass ungewöhnliche Art und Weise kommt zum Immobilien. Entweder kaufen oder mieten. Oder dass es immer wieder mal so plötzliche Veränderungen kommt. Entweder Umzüge oder ändert sich in Wohnsituation etwas. Neptun zeigt unserem Träume und Visionen. Und das ist hier im Skorpion. Und das kann bedeuten, dass du als Kind sehr verträumt warst. Und das war für dich eine wunderbare Energie. Und Neptun und Venus zeigt schon die künstlerische Begabung. Und du wolltest das Leben, aber durch diese Strenge im Schulzeit, diese Strenge hat es gar nicht erlaubt, dass du das Leben sollst. Und jetzt lernst du, ein Kind zu sein. Jetzt nicht wortwörtlich meine ich das, sondern zu dieser spielerischen Art und Weise, deine Talente und deine Begabung zum Leben. Pluto ist im Tiergrätszeichen Jungfrau und zeigt, befestige das, was du damals gelernt hast, weil du das brauchst im Leben. Alles andere verabschieden. Pluto ist die Kraft der Transformation. Alles verabschieden, was im Weg steht. Erinnerungen, was mit Tränen verbunden sind. Pluto ist diese Energie, was ich erzählt habe mit diesem Rucksack. In diesem Rucksack schauen, was stört. Was gehört gar nicht da rein. Das mal aufräumen. Rahu und Ketu bilden sich eine Drache. Die Drache als Symbol erscheint in allen Mythologie. Ganz bekannt. Und es gibt auch Sternbild im Himmel, wo es so heißt, Drache. Und Drache symbolisiert die Angst. Und der Drachentöter zeigt uns, wie wichtig das ist, von Ängsten befreien. Und dann, jetzt mal astrologisch, hier im Horoskop ist auch ein Drache verborgen. Wir kennen aber nur das ein Teil. Weil diese Drache, diese astrologische Drache, das ist getrennt. Das ist getrennt. Die Kopf wurde abgeschnitten. Dazu gibt auch eine mythologische Geschichte. Wir kennen nur das Körper. Und das zeigt unseren karmischen Themen und Erinnerungen von früheren Leben. Das kennen wir schon. Das ist der Rucksack, was wir haben bei unserer Geburt. Was ich gesagt habe, wenn wir geboren sind, wir kommen nicht mit leeren Händen, sondern wir haben diesen Rucksack, wo die Erinnerungen drin sind. Und das ist dieser Drachenkörper. Ketu heißt das in indischen Astrologie. Das kennen wir schon. Du hast Ketu im Wassermann. Hier. Also du weißt schon, wie das geht. Loslassen. Und dann gibt es die Drachenkopf. Und die Seele sucht das. Die Seele sucht das. Ich könnte mal witzig so sagen, wo ist der Drachenkopf? Wo ist das versteckt? Und die Horoskop zeigt, wo das versteckt ist. Und die Seele sucht das, weil das braucht. Dieser Körper braucht den Kopf dazu. Und das sind neue Erfahrungen. Neue karmische Erfahrungen, was die Seele benötigt. Und das hast du hier im Löwen. Und das, was du noch gar nicht kennst, das ist ein Neuland. Und hier im zweiten Lebensbereich bedeutet das für dich zu deinen Werten stehen. Dann verstehen auch, wie wichtig das ist, die wertvolle Dinge in Besitz nehmen und befestigen. Und auf die Finanzen achten. Auch wenn dieser Impuls kommt, oh, ich möchte das unbedingt haben, das mal ein bisschen bremsen und überlegen, brauche ich das überhaupt, ja oder nein. Dann kommen auch Löwethemen über die Tierkreis zeichnen. Löwe herrscht die Sonne. Und das ist das Zentrum unserem Sonnensystem. Und die Löwengeborenen, und das lernst du von den Löwen, genießen das, in der Mitte zu sein, Bewunderungen bekommen. Die Löwe braucht die Publikum und versuche das Leben. Du brauchst das auch, weil das gibt dir die Basis, die Fundament. Die Sonne ist hier in der Basis, dass dein Selbst, dieser Glanz, im Vorschein kommt, dass du gesehen bist und andere dich auch bewundern. Leider hast du das in der Schulzeit nicht erlebt. Das hast du nicht erlebt. Sondern die Jungfrau neigt eher dazu, ja eben eher im Hintergrund unscheinbar zu machen, immer vernünftig zu sein. Jungfrau mag das auch nicht im Mittelpunkt sein und glänzen. Jungfrau schätzt andere Werten. Aber zu deinem Wertschätzung, das zum Lernen, du brauchst diesen Glanz und das erreichst du nicht, wenn du teure Dinge kaufst oder Gold, Löwe liebt auch das Gold, damit auffallen, sondern dein Selbst in Ausdruck bringen und es auch verinnerlichen, mit deinen Werten bewusst zu sein und Wertschätzung und Respekt verlangen und das im Glanz zu bringen. Und dann bist du auch wahrgenommen. Natürlich kommt noch Luxus dazu, das gehört doch, ist auch wichtig, aber nicht das Wichtigste, sondern dein Selbst ist die Wichtigste und vor allem, das gibt dir die Basis. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser und dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Chandra ist der Mond und verliebt sich an Rohini. Rohini ist schön, jung und schuldig. Und der Mond macht einen Heiratsantrag und die zukünftige Schwiegevater sagt zu ihm, nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst ihre Geschwister auch heiraten, zwar alle 27 Geschwister. Und der Mond heiratete alle 27 Frauen und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Und jede Frau ist anderes. Dein Aszendent ist Krebs und befindet sich im Mondhaus Puschia. Und das bedeutet klar und deutlich, höre auf deine Intuition, weil das ist dein bester Ratgeber, deine innere Stimme. Und höre auf dein Gefühl, weil du hast dieses Feingefühl, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Dein Sonne befindet sich im Vage. Dieser Mondhaus heißt Vishaka. Vishaka ist ein Feuergöttin und hütet den Tempelfeuer. Und das ist unserem inneren Tempel. Das ist auch unserem Zuhause. Da wohnt unsere Seele. Und wir sollen um unsere Seele auch mal kümmern und meditieren, also besuchen unseren Seele. Und hier brennt dieser Tempel Feuer. Und das ist ein inneres Feuer. Die Feuer, die Begeisterung und Hingabe. Und lasst das zu, dass dieses Feuer brennt und lebt danach. Und das ist auch ein reinigender Prozess. Vishaka verbrennt alles, was im Weg steht. Nicht, weil sie zerstörerisch wirken möchte, sondern Vishaka weiß, es gibt Hindernisse und es muss aufräumen. Und genau das ist dafür das Symbol. Mond befindet sich im Jungfrau und dieses Mondhaus heißt Hashta. Hashta bedeutet übersetzt hier im Jungfrau Hashta bedeutet übersetzt Hand und Handlungen. Es kann sein, dass du in Kindheit das Gefühl gehabt hast, du bist handlungsunfähig. Deine Hände sind gebunden. Immer alle andere bestimmen, was du zu tun hast. Und wenn du dich aber behaupten möchtest, später auch im Beruf leben, dann brauchst du das, die Handlungen. Und dieser Mondhaus wird bestrahlt von Windermiatrix. Windermiatrix ist ein Stern im Himmel und die Mythologie ist bekannt als Weinleserin und zeigt Fröhlichkeit, ein Fest, Lebensfreude. Nimm das nicht zu ernst, lach darüber, du brauchst diese Lebensfreude. Mars befindet sich im Löwe, hier, und dieser Mondhaus heißt Makha und Makha wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist einer von den königlichen Sternen und Regulus ist die Stern der Könige und Herrscher. Beherrsch dein Selbst, deine Werte, beherrsch die Finanzen. Regulus ist die Herz der Löwe und das Herz ist eine Schatztruhe und das sollen wir öffnen, weil da ist alles drin, was wir lieben und versucht das so zu gestalten. Nimm diese wertvolle Dinge im Leben im Besitz und es ist nicht nur das Geld, sondern was für dich wertvoll ist, dein Hobby, deine Berufung, Kunst, Kreativität oder Sport oder Kinder oder Natur oder Reisen oder Fremdsprache oder die Liebe natürlich auch, das sind wertvolle Dinge, das in Besitz nehmen. Merkur ist rückläufig, da hast du karmischen Themen, Erinnerungen hier in Skorpion befindet sich im Mondhaus Anuratha und das bringt auch Glück. Anuratha wird bezeichnet in indischen Astrologie, da ist jemand, der auf Elefanten reitet und dieser Elefant ist erstens ein Glücks Symbol, zweitens zeigt Wohlstand. Wenn du aber bei dieser rückläufigen Merkur stehen bleibst in dein Kindheit und das ist nicht nur der fünfte Lebensbereich, was die Kindheit symbolisiert, sondern Merkur selbst auch, weil Merkur herrscht über Kindheit und Jugend. Wenn diese Kindheitserinnerungen dich bremsen, dann kannst du nicht auf Elefanten reiten, weil da fehlt die Leitigkeit, da macht dich das traurig, das bremst dich im Leben. Raus aus der Vergangenheit und sagen, jetzt ist für mich wie eine Neugeburt, ich lebe diese Merkur Energie im fünften Lebensbereich, jetzt gestalte ich mein Leben neu und ich vertraue diesem Symbol auf Elefanten reiten, weil das bringt mir Glück und Wohlstand. Jupiter befindet sich im Löwe und dieser Mondhaus hier im Löwe, dieser Mondhaus heißt Purva Palguna und das heißt es war in Vergangenheit schon mal was es zuvor geschieht das wiederholt sich etwas von früheren Leben und dann muss es reifen lassen geduldig zu sein und dann kommt die Vollendung und das hat mit Besitz und mit Finanzen was zu tun das kann gut möglich sein dass im früheren Leben ging es um Verlust und jetzt hast du dieses Glück dass das Geld wieder zurück kehrt und das kommt zum Vollendung aber sei geduldig bis das soweit ist Venus befindet sich in Tirkretz seinen Skorpion hier im Mond Haus Jeschta Jeschta war die älteste von diesen 27 Frauen und Jeschta war aber keine alte Frau sondern sie war weise und hat Respekt bekommen und das ist dein Venus Energie sei weise sei mit dein Weiblichkeit auch bewusst und verlange immer Respekt Saturn befindet sich im Jungfrau hier und dieser Mond Haus heißt Utteraparkuna Saturn ist der Hüter der Karma und beeinflusst unseren Schicksal und dieser Saturn sagt jetzt kommt die Zeit zum Ernten Alles was du ausgesät hast das trägt jetzt Früchte kommt Ernte Uranus befindet sich im Waage hier und dieser Mond Haus heißt auch Vishaka so wie bei Sonnenkraft das ist die Feuergöttin das gleiche gilt wie ich bei Sonne erzählt habe Neptun ist im Skorpion im selben Mond Haus wie Venus Jeshda Jeshda die älteste Frau des Mondes und das bedeutet Respekt verlangen weise zu sein dann lebst du dein Traum das ermöglicht dir Neptun Pluto befindet sich im Jungfrau Shitra heißt dieser Mond Haus und heißt Balance und du brauchst die inneren Gleichgewicht die inneren Balance Ketu ist die alte Karma symbolisiert die Vergangenheit ist hier im Wassermann da hast du die Erinnerungen und Ketu befindet sich im Mondhaus Shatabisha und dieser Mondhaus heißt übersetzt 100 Ängste oder 100 Glück und das kannst du so vorstellen dass in diesem Bereich sind sehr sehr viele Glücksstern und die Glück ist da was blockiert die Angst blockiert und da hast du die karmischen Erinnerungen und ging nichts voran und jetzt lernst du zu deinen Werten stehen und lernst du diese Ängste loslassen und die Glück ist sofort spürbar jetzt die Verbindungen Sonne und Uranus die beiden bilden sich in sogenannten Konjunktion und das heißt sie wirken zusammen und das bedeutet für dich für dein Wesen dass die Sonne ist dein Selbst und Uranus sagt du bist einzigartig und außergewöhnlich wenn du diese zwei Sätze verinnerlichen kannst und jeden Tag sagen ich bin einzigartig ich bin außergewöhnlich ich bin eine Persönlichkeit dann hast du die Basis und das bist du auch die beiden können gar nicht ohne anderen wirken weil die sind in Konjunktion die treffen die haben in dem Moment wo du geboren bist sind sie getroffen und die sind immer noch zusammen und das gehört zu dein Selbst zu dein Wesen Mond hat eine sehr schöne Verbindung zum Jupiter und das zeigt lebt ein Gefühle Handel nach Gefühl Hier in die Mitte ist ein Symbol von tibetischen Astrologie und es sind viele verschlüsselte Dinge hier verborgen in dieser Karte und die Quelle ist die tibetische Astrologie und das bedeutet für dich versucht die Vergangenheit diese Erinnerungen loslassen bereinigen die schöne Erinnerungen bewahren behüten aber all das was mit Tränen verbunden sind verabschieden du brauchst diesen Erneuerungsprozess diese Reinigung wenn du davon verabschieden kannst und von Angst befreien dann geht in deinem Leben alles voran und wo du Glück hast das ist die Liebe Partnerschaft brauchst aber dazu die innere Ruhe die inneren Gleichgewicht für dich ist sehr wichtig das Wasser das gibt dir die Basis hier das ist diese blaue Farbe da sitzt du drauf das sind die Gefühle und das was dich unterstützt und das ist deine Intuition und deine Kreativität und diese grüne Farbe bedeutet die Erde Erinnerungen dann wird das auch Realität die Blau bedeutet auch deine Träume deine Träume deine Visionen deine Sehnsüchte dein Unbewusster deine Kreativität deinen Gefühlen und diese grüne Kleid steht zum Erde Element das wird Realität und dann gibt Struktur Sicherheit Stabilität im Leben und hast du noch diese rote Farbe das hat mit Feuerelement was zu tun dein Begeisterung macht das alles lebendig dir bringt Glück und das zeigt hier diese Zahl 5 mit Holzelement dir bringt Glück wenn du etwas beendest in dein Leben ein Projekt zum Ende bringe und wenn das abgeschlossen ist dann von Begeisterung such eine neue Richtung und dann kommt auch eine langsame aber immerhin eine langsame Wachstum die wichtigste thema ist in dein leben in die mitte dieser Zahl 8 im Metall Element und das bedeutet diese Höhen und Tiefen diese hin und her sollst du in eine schwingende Bewegung bringen und dazu brauchst du Feingefühl Vertrauen und dann kommt Vertrauen das Fluss des Lebens und wenn du zu diesem Vertrauen bist und dann kommt diese Unendlichkeit diese Harmonie und das ist für dich wie eine reinigende Wirkung dein Schicksalszahl ist hier die 2 mit Luftelement und das hat eine Verbindung zum Tierkreis Zeichnen Waage ein Zuhause zu haben die inneren Gleichgewicht zu finden aber auch die Liebe und Partnerschaft in diesem tibetischen Astrologie in dein Geburt wirkt Mond also du stehst sehr stark im Mond Einfluss im Mond Energie auch in tibetischen Astrologie genauso wie hier dein Ast senden du bist nüchtern sorgfältig liebst aber Unabhängigkeit aber wenn anderen Hilfe brauchen dann bist du sofort da und bist du hilfsbereit du triffst aber schwer Entscheidungen und leider hast du auch Neider Liebe Liarelia so könnte ich dein Geburtshoroskop erklären ich bedanke mich für deine Treue ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag alles Gute alles Liebe von Dendera Dendera